Yo, Newsflash! Was geht's? Schön, dass ihr da seid. Wir haben Trainingscamp-Nachrichten, ganz kurz ein paar Sätze zum Hall-of-Fame-Game und so weiter. Jungs, wir hatten am letzten Wochenende Football, wir haben dieses Wochenende Football, wir haben es bald geschafft. Madden kommt raus in der Woche oder so. Erste Nachricht, für alle, die nicht aus Berlin kommen von euch, ihr könnt gerne überspringen, Berlin und Umland würde ich sagen. Ich packe euch die Zeit hier in eine der Ecken, wo es weitergeht für alle, die nicht aus Berlin kommen. Für alle, die aus Berlin kommen, Nachricht. Besonders für die von euch, die 15 bis 18 sind, vielleicht ein Ticken jünger, so 14, kurz vor 15, was auch immer. Kommt zum Football-Training. Wirklich, glaubt mir, das macht super Spaß. Ich war ja selber am Anfang nicht in einem Verein, als ich YouTube gemacht habe, als viele von euch angefangen haben zu gucken, war ich vermutlich nicht. Hab in Q&A's immer gesagt, ah, mein Knie hat einen Kreuzbandriss, dadada, ich hab Angst, dadada, ich weiß nicht, ob das zeitlich passt, hahaha. Habe es dann irgendwann gemacht und war eine der besten Entscheidungen. Das hat von Anfang an Spaß gemacht, ansonsten wäre ich ja nicht weiter hingegangen und sowas. Und inzwischen ist es quasi nicht mehr wegzudenken. Es ist eine andere Sache, als zu gucken, aber es ist trotzdem Football. Und ich nehme an, wenn ihr auf dem Kanal hier gelandet seid, dann habt ihr Bock auf Football. Wir brauchen Leute in unserer Jugendabteilung. Berlin ist groß, das heißt, wenn ihr jetzt aus Südost-Berlin oder aus komplett dem tiefen Osten von Berlin kommt, ist der Weg vermutlich relativ weit. Aber ich sag mal so, man kann nicht immer auf 10-Minuten-Wege warten. Ich zum Beispiel, ich fahre ungefähr eine Dreiviertelstunde immer mit dem Fahrrad zum Training und es macht trotzdem Spaß. Und dann auch, wenn man da immer irgendwie ein bisschen banged up ist oder sowas, dann die 45 Minuten zurück. Selbst das macht Spaß, weil es ist Football, Jungs. So, also traut euch, ich weiß, es ist vielleicht, gerade wenn man in dem Alter ist, 15 bis 18, egal, oder je nachdem, wie ihr drauf seid, kann es vielleicht ein bisschen einschüchternd wirken, neu mit sowas anzufangen. Manche von euch spielen vielleicht auch Fußball und wollen damit nicht aufhören. Dann kann ich sagen, versucht es einfach mal nebenbei. Ihr müsst ja nicht direkt aufhören mit Fußball und kündigen. Geht einfach mal zum Probetraining, guckt euch das an und wenn ihr dann da auf einmal merkt, Alter, das ist ja wie Fußball bloß nochmal geiler, könnt ihr immer noch darüber nachdenken, was ihr macht. Oder wenn ihr merkt, ich gucke lieber, ich spiele lieber Fußball oder ich gucke lieber und spiele lieber gar nichts. Voll in Ordnung. Ich sage nur, tut mir einen Gefallen, wenn ihr Bock drauf habt und probiert das einfach mal aus. So, wie gesagt, 15 bis 18 Jahre wäre ideal. Wenn ihr älter seid, kommt zu den Seniors, aber 15 bis 18 Jahre ist für unsere Junior-Teams perfekt. Viele von den Coaches da sind welche, mit denen ich zusammenspiele. Also ihr habt super Coaches auf jeden Fall. Das Ganze wäre Montag und Donnerstag, 18 bis 19.30 Uhr jeweils in der Regenertstraße 172 in 13409 Berlin. Ich hoffe, ich habe es auf dem Screen geschrieben. Wenn nicht und wenn ihr irgendwie die Straße nicht findet oder sowas, schreibt mir einfach, egal wo, E-Mail, Twitter, in den Kommentaren, Instagram, was auch immer. Schreibt mir auf jeden Fall. Und wenn manche von euch jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich für Football gemacht bin, weil ich so langsam bin zum Beispiel. Kann ja passieren. Das Geile am Football ist, ist komplett egal. Langsam, schnell, groß, klein. Ich bin 1,73 Spiel-Football, Jungs. Langsam, schnell, groß, klein, leicht, schwer, geht alles. Habt noch nie in eurem Leben Sport gemacht. Geht alles. Da kann man wirklich mit anfangen. Wir spielen halt logischerweise nicht auf NFL-Niveau. Also, ihr müsst dann da nicht gegen Leute spielen, die eine 4-4 laufen auf 40 Yards. Also, kommt wirklich. Wir haben für alle eine Position. Es macht super Spaß. Ja, traut euch. Wenn ihr euch nicht traut, alleine zum Training zu gehen und jetzt vorhabt, im Herbst noch zu kommen, bis Oktober irgendwann, wo ich mich super drüber freuen würde. Wenn ihr euch nicht alleine traut, schreibt mir. Und dann gucke ich, dass ich zu dem Training, zu dem ihr kommen wollt, dann auch komme. Können wir vorher kurz quatschen. Ich bin da und so. Falls ihr Fragen habt, kriegen wir alles hin? Schreibt mir. Oder wenn ihr irgendwelche Gründe habt dagegen, wo ihr denkt, ich weiß nicht, ob das zählt als Grund, schreibt mir. Lasst uns drüber reden. 15 bis 18, Montag, Donnerstag, 18 bis 19.30 Uhr. Kommt zum Training. Und als kurzen Anreiz noch und um zu flexen, habt ihr hier einen kleinen Ausschnitt von unserem Scrimmage am letzten Wochenende, als ich einen Touchdown gelaufen bin. Und wenn ihr jetzt denkt, geiler Touchdown, JD, guckt euch das nochmal und guckt euch mal an, ob mich jemand berührt hatte. Geiles Blogging. Herzlich Willkommen zurück an alle, die übersprungen haben. Wir sind wieder hier mit Nicht-Berlin-Nachrichten. Das Hall of Fame Game ist passiert. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist immer so eine Sache, wo manche Leute sehr gehypt drauf sind. Ich habe das Gefühl, gerade welche, die noch nicht so lange Football gucken. Weil ich glaube, die ersten paar Jahre, als ich Football geguckt habe, war ich ja auch immer gehypt drauf. Und deswegen, Preseason fängt wieder an, wir haben wieder Football. Und gucken direkt. Und dann guckt man vielleicht drei Drives und denkt sich so, was ist hier passiert? Und deswegen denke ich immer, nicht je mehr Ahnung man hat, aber je länger man guckt, umso mehr weiß man das dann einzuschätzen. Von wegen, geil, das ist unser Startsignal. Von wegen, ab jetzt haben wir jede Woche wieder Football. Aber es ist auch das Hall of Fame Game. Bei Preseason Games ist es ja häufig sowieso so, dass die Starter sehr, sehr wenig spielen. Gerade in Woche 1 und Woche 4 der Preseason. Jetzt gibt es nicht mehr vier Wochen, jetzt gibt es ja nur noch drei. Aber das Hall of Fame Game ist schon immer das Schlimmste davon. Da spielen gefühlt nie wirklich Starter oder wenn dann einen Drive oder sowas. In der ersten Woche der Preseason jetzt wird es schon anders sein. Könnt ihr bei euren Teams gucken, ob da was bekannt gegeben wird. Bei den Lions zum Beispiel haben sie gesagt, die Starter werden ein Viertel spielen. Bei uns beim ersten Preseason Spiel jetzt am Freitag. Also ja, das Hall of Fame Game ist ganz cool, aber es ist nicht wirklich NFL Football, sage ich mal. Lamar Jackson ist wieder zurück beim Training jetzt, nachdem er den Anfang aussetzen musste vom Trainingscamp, weil er das zweite Mal innerhalb des letzten Jahres Covid-19 hatte. Das erste Mal war ja während der letzten Saison, im November irgendwann. Und da musste das Spiel nach hinten verschoben werden. Sie haben es trotzdem nicht rechtzeitig geschafft, haben dann, glaube ich, mitten in der Woche gespielt mit irgendeinem B-Team. Und ja, er hat es jetzt das zweite Mal gehabt. Und hat aber trotzdem, also was heißt trotzdem, ist jetzt nicht so logisch, aber er hat halt trotzdem danach über die Impfung geredet und gesagt, er ist sich nach wie vor nicht sicher. Er redet mit Ärzten. Weil momentan ist er noch einer von denen, weil er momentan noch einer von denen ist, die quasi sich noch nicht ganz entschieden haben, aber eher dagegen sind. Also es ist einer von den berühmtesten oder bekanntesten Spielern, sage ich mal, die sich noch nicht haben impfen lassen. Obwohl die NFL ja jetzt gesagt hat, sie sind über 90 Prozent. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Spieler sind oder Spieler und Personal. Aber ist egal, über 90 Prozent ist schon sehr, sehr gut. Ich hatte meine zweite Impfung übrigens heute, also für euch gestern, habe Moderna gekriegt inzwischen vor, jetzt muss ich kurz rechnen, zehneinhalb Stunden. Und ich merke ehrlich gesagt noch gar nichts. Ich habe mich vorbereitet, weil ich ja so Geschichten gehört habe von wegen, oh, die zweite Impfung haut rein, dass ich richtig vom Zug überfahren werde. Aber bisher, ich habe minimal Kopfschmerzen und meine Arm tun ein ganz kleines bisschen weh. Aber wirklich überhaupt nicht. Wenn ich nicht heute geimpft worden wäre, hätte ich gedacht, okay, die Kopfschmerzen kommen vom Wetter und hier habe ich vielleicht gestern einen Hit abgekriegt oder so. Also momentan ist noch alles geil. Ich hoffe, es wird auch heute Nacht geil bleiben und ich wache nicht auf einmal auf, habe Fieber und mein Kopf explodiert. Aber ja, Lamar Jackson nach wie vor nicht geimpft. Könnte kritisch werden, wenn er diese Saison nochmal Covid kriegt. Heute für euch, also am 10. startet Hard Knocks. Bei mir ist natürlich auch schon der 10. aber halt nachts. Das heißt, die Serie, die sich jedes Jahr mit einem Trainingscamp beschäftigt und da quasi mitgeht, Interviews füllt, Sachen filmt, immer viele Spieler meint ab hat und sowas. Diese Serie startet dieses Jahr ja mit den Cowboys. Da sind schon ein, zwei Clips geflogen sozusagen. Von Micah Parsons zum Beispiel. Der Prescott natürlich. Und die erste Episode wird heute ausgestrahlt in den USA. Erfahrungsgemäß wird die vermutlich morgen Abend oder spätestens übermorgen im Laufe des Tages beim NFL Game Pass zu sehen sein. Da könnt ihr das gucken, falls ihr den habt. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie ihr es sehen könnt. Falls einer von euch noch eine andere legale Möglichkeit hat, dann schreibt das mal in die Kommentare am besten. Aber ja, ich werde es über den Game Pass gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich da so drauf geiern werde. Von wegen direkt, wenn es rauskommt, muss ich das gucken. Aber ich werde es auf jeden Fall gucken. Der Sean Watson hat jetzt irgendwie wieder so halb mittrainiert. Er war ja zuerst beim Training, hat aber nicht mittrainiert. Er stand quasi nur rum. Jetzt, man weiß es nicht genau, aber je nachdem, wen man fragt, hat er entweder mittrainiert, aber nicht viel gemacht. Rappaport hat, glaube ich, berichtet, er hat mittrainiert, ist wieder reingegangen, ist wieder rausgekommen, hat mittrainiert, ist wieder reingegangen. Hat sich mit Nick Casario unterhalten zwischendurch, GM. An neuem GM. Dann andere Berichte waren, er hat mittrainiert und es war richtig gut. Gut, also ganz, ganz komische Situation. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er noch irgendein Spiel macht für die Texans, aber das kann sich so schnell ändern, sowas immer. Wie gesagt, es ist eine richtig unangenehme Situation einfach. Und genau für den Fall, dass er nicht mehr für die Texans spielt, dann sollte er auch irgendwie nicht mittrainieren, weil dann nimmt er nämlich anderen Leuten, zum Beispiel einem Mills oder einem Taylor, die Snaps weg. Und das ist irgendwie alles, ich kann es zum dritten und vierten Mal sagen, ist eine ganz komische Situation da bei den Texans. Die Dolphins haben jetzt der Forderung von Salvin Howard zugestimmt und haben seinen Vertrag restrukturiert, dass er quasi mehr Geld kriegt. Das war ja erst die Forderung von ihm still. Dann haben er und sein Agent laut Salvin Howard den Dolphins immer Vorschläge gemacht und sie haben halt nie wirklich einen Gegenvorschlag gemacht, sondern haben immer nur gesagt, ne, ne, na, machen wir nicht. So, das war zumindest das, was Salvin Howard logischerweise gesagt hat. Dann hat er es öffentlich gemacht, hat gesagt, ey hier, wir haben versucht, Vorschläge zu unterbreiten und die Dolphins gehen da überhaupt nicht drauf ein, kommen uns null entgegen. Ich bin besser als alle anderen Cornerbacks in meinem Team und verdiene trotzdem nicht mehr als alle anderen in meinem Team. Jones. Und jetzt scheint es aber geklärt zu sein, sieht so aus, als würde er wieder mittrainieren, als wäre alles super, als würde er spielen, als wären da die ganzen Konflikte belegt. Ich frage mich, gelegt, Entschuldigung, ich frage mich, wie es im Cornerback-Raum aussieht, ob das da ein bisschen angespannte Stimmung ist, aber ich denke mal beinahe nicht. Ich denke, da macht einer einen Witz und dann lachen die zusammen drüber. Und aus Dorfens Sicht sehr, sehr clever, den musste man halten. Und das war letztendlich, obwohl sie es natürlich dazu haben kommen lassen, dass er es veröffentlicht hat und so weiter, aber ab dem Zeitpunkt fand ich elegant geklärt. Bobby Bowden ist im Alter von 91 Jahren gestorben, es hatte Krebs. Das Ganze kam vor ein paar Wochen raus, dass er quasi in einem Endstadium ist von einer Krankheit und dass er nicht mehr allzu viel Zeit hat. 91 ist ein hohes Alter, hat ein langes Leben gehabt. Das war, für alle, die es nicht wissen, einer der legendärsten College-Football-Coaches. Und der hat halt Florida State, das Team von dem, oder das College, von dem ich erfahren bin, überhaupt erst, zumindest im Football-Bereich, zu dem gemacht, was es heute ist. Überhaupt, weil heutzutage ist Florida State so ein Name, das kennt man einfach, ist eines von den dicken, von den traditionsreichen, von den guten Colleges, auch wenn sie die letzten Jahre nicht gut waren. Und das merkt man dann immer. Denn wenn ein normales College, ein NC State zum Beispiel oder sowas, wenn die mal nicht gut sind, dann ist halt so, okay, die sind nicht gut. Wenn aber ein College wie Clemson oder USC oder Florida State oder Notre Dame oder sowas, wenn die mal schlechte Saisons haben, dann sprechen auf einmal alle drüber. Und das merkt man. Und den Standard hat Bobby Boughton überhaupt erst mal errichtet. Der hat quasi das ganze Football-Programm aus dem Boden gestampft bei Florida State. Der hat die übernommen, als sie in den letzten vier Jahren zusammen, glaube ich, 4 und 29 waren oder irgend sowas. Also echt nicht gut. War in seinem ersten Jahr dann 5 und 6 mit Florida State. War 34 Jahre insgesamt Head Coach oder insgesamt Coach. Von 76 bis 2009 war er bei Florida State. Und das war in seinen Head Coach-Jahren, dieses erste Jahr, wo sie 5 und 6 waren, das einzige Jahr mit einem Losing-Record. Ansonsten immer mindestens gleich gewesen beziehungsweise eigentlich immer positiv. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, gerade wenn man so ein schlechtes College übernimmt, sage ich mal. Es ist der Second Winningest Coach, also der mit der zweitbesten Siegprozentzahl. Insgesamt war mit seiner Frau für 72 Jahre verheiratet. Immer bekannt gewesen als Players Coach. Hat häufig den Spielern gesagt, was die Spieler in den Interviews gesagt haben, von wegen, ey, seid nicht zu big time für die Fans. Wenn die Fans mit euch reden wollen, unterhaltet euch mit denen, was auch immer. Hat in der Off-Season seinen Spielern immer Briefe geschrieben und sowas. Also super niedlich. Und insgesamt einfach tatsächlich eine College-Football-Legende. Das Gute, sage ich mal, an der Situation ist, dass es halt schon seit ein paar Wochen bekannt war. Das heißt, er konnte sich auch selber dazu äußern. Und er hat quasi gesagt, was... Ich weiß nicht, manchen Leuten hilft das vermutlich gar nicht. Mir persönlich hilft das, weil er gesagt hat, ey, ich bin nicht glücklich damit, aber ich bin zufrieden. Ich bin entspannt. Ich habe mein Leben gelebt und ich bin bereit dafür. Und das fand ich... Das finde ich angenehm. Natürlich kannte ich ihn nicht ansatzweise persönlich. Und in seiner frühen Zeit und so habe ich natürlich nicht College-Football geguckt. Aber trotzdem... Ja, hilft mir das. Es ist schwer zu sagen. Aber es beruhigt mich. Es macht die ganze Sache angenehmer. Weil ich weiß, dass er nicht extrem mit seinem Schicksal jetzt gerungen hat oder sowas. Und er hat gesagt, ey, ich bin bereit. Habe ein gutes Leben gehabt. Und so soll es doch sein, oder? So wünscht man sich das. Als Letztes noch ein riesiges Dankeschön an euch alle. Natürlich besonders an meine Kanalmitglieder. Ihr habt unten einen Button, wenn ihr Bock habt, Kanalmitglied zu sein. Klickt da drauf oder schwebt da drüber mit dem Maus. Und dann seht ihr, was da passiert. Aber dickes Dankeschön an alle meine Mitglieder. Natürlich besonders in die am höchsten Level. Shoutout an. Wenn du die siegierst, Hannes Walder, Sven Pollock, 96, Roberto Schnackenwurst, Mark, Matthäus, Janik, Maurer, Shreddy ist Matthias Fischer, Joshua, E. Kurt, Nessner, Jan Heyer, Stefan Gruner, TJ, Ryan, GGT oder Lukas, Paul sein Channel, Blinddich, 91, Steve Arizona, Nick for OBJ, Max, Ambitious, Marcel Goffel, Falkens, Jonas, Eberlein, Leon, Schulz, Nacho Out, Levin, Faust, Marcel Jets, Amin, Kanal, Legende, Window 2, Yankee, Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob Seahawks, Mirko Christian Rigat und It's Prettiest. Tut mir leid, Marc, Matthäus, dass ich dich gerade Mack genannt habe, aber das passiert halt einfach mal beim Vorlesen. Vielen Dank an euch, Jungs. Shoutout für die Unterstützung. Das war es mit dem Video. Bisschen längerer Newsflash. Heute natürlich der Berlin-Blog am Anfang. Da denkt dran, Jungs, schreibt mir. Wenn die neue Seite nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.